Moin, moin und hallo zu HL Sports Weekly Nummer 14. Wir sind schon 14 Wochen vor euch hier am Start. Mein Name ist Roland Kenzo und diese Themen haben wir heute für euch im Programm. Da dreht sich das nämlich um das Leder, einmal um das Runde und einmal um das Eiförmige. Fußball-Regionalliga mit dem VfB und dem 1. FC Phoenix Lübeck, die beide verloren haben. Und dann haben wir noch die 2. Fußball-Bundesliga, die in die Länderspielpause geht und wir noch ein bisschen was zu besprechen haben über die Nordklubs. Ja und dann ist noch Football bei den Hamburg Sea Devils. Da waren wir nämlich am Sonntag für euch im Stadion. Und bleibt dran, lehnt euch zurück. Wir sind jetzt für euch da. Heute starten wir einmal mit der Fußball-Regionalliga und gucken dabei auf den VfB Lübeck und auf den 1. FC Phoenix Lübeck. Beide haben verloren. Der VfB 1 zu 2 bei Weiche Flensburg und der 1. FC Phoenix 2 zu 3 zu Hause gegen Holstein Kiel. Und da gehen wir jetzt mal in die Analyse. Der VfB war zu Gast bei Weiche Flensburg. Wie erwähnt 1 zu 2 am Ende. Aber wer geglaubt hat, dass die Lübecker jetzt durch die Saison gehen und keine einzige Niederlage einstreichen müssen, der ist nun eines Besseren belehrt worden. Gegen Weiche und vor allen Dingen in Flensburg bei einem ganz schönen Wett. Es hat ganz tierisch geregnet. Ja, da kann man auch mal verlieren. Die Flensburger sind eingespielt. Das ist eine erfahrene Truppe. Abgezockt waren sie zudem auch. Hat man zum Beispiel bei einem 1 zu 0 gesehen durch Cornels, der einfach auf der linken Seite durchmarschieren konnte. Die Lübecker waren diszipliniert, aber letztlich ist eine ganz junge Mannschaft. Da muss man viel Geduld mit haben. Und ich war jetzt nicht ganz traurig, weil sie sich gut verkauft haben. Und das ist auch das Kaliber, was man vielleicht mit Teutonia und mit Dochtersen eben auch erwartet. Weil Maßstäbe sind das 3 zu 0 gegen den FC Saison Pauli 2 und das 7 zu 0 gegen Altona 93 aus meiner Sicht nicht. Viel Zeit zum Lamentieren bleibt eh nicht, weil am Mittwoch geht es ja schon weiter im kleinen Landesderby bei Holstein Kiel 2. Schade, dass nicht so viele Lübecker Fans dabei sein dürfen, aber ein paar dürfen wenigstens dabei sein. Und ja, mal gucken, was die Grün-Weißen dort auf den Rasen zaubern in der Landeshauptstadt. So, und die Holsteiner, die durften am vergangenen Wochenende Lübecker saubere Luft atmen. Das hat ihnen richtig gut getan. Sie haben nämlich 3 zu 2 bei Phoenix Lübeck gewonnen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil das Testspiel noch anders ausging zwischen den beiden. Und erschreckend war eigentlich auch die erste Halbzeit. 0 zu 2, kaum Chancen von Phoenix. Daniel Safadi war hinterher super enttäuscht, hat aber auch die Mannschaft gelobt. Und das muss man denen auch wirklich zugutehalten. Im zweiten Durchgang sind sie zurückgekommen, haben bis auf 2 zu 2 ausgeglichen. Und am Ende war es eine Einzelaktion, die das Spiel entschieden hat. Ganz am Ende hätte Holstein Kiel nochmal das leere Tor treffen können, haben sie aber irgendwie vergeigt. Und naja, am Ende blieben dann 0 Punkte am Bunni. Und auch hier bleibt nicht viel Zeit, großartig darüber nachzudenken. Denn am Mittwoch kommt Rochtersen Assel. Rochtersen ist Tabellenführer und ein richtiges Kaliber. Dann drücken wir den Phoenix an die Daumen. Wir steigen auf in die zweite Fußball-Bundesliga. Und da gibt es im Moment eine Mannschaft aus dem Norden, die richtig Spaß macht. Der FC St. Pauli hat 2 zu 0 gegen Jan Regensburg gewonnen. Zweimal Guido Burgstaller getroffen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sein Saisontreffer Nummer 3 und 4 war es denn. Und das haben sie sich auch wirklich verdient. Also Regensburg war jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge, obwohl sie Tabellenführer sind. Aber St. Pauli hat sich diese Chancen und dieses 2 zu 0 einfach auch wirklich erspielt und verdient. Am Ende ist es jetzt Platz 3 nach 5 Spielen. Und da sage ich nochmal Daumen hoch. Gehen wir nochmal weiter in den Norden. Da hat Holstein Kiel den Bock umgestoßen. Porat, ehemals VfB Lübeck, Fiete Arp, ehemals HSV und auch Luis Holpi mit einem Hackentrick, wo er das 3 zu 0 vorbereitet hat, ehemals HSV, haben für einen 3 zu 0 Sieg gesorgt, der Störche gegen Erzgebirge Aue. Man darf aber auch nicht vergessen, Aue war schwach in meinen Augen. War nicht gut und ja, das hat man auch schon in den letzten Spielen gesehen. Kiel wird immer besser, immer eingespielter und hat sich vor allen Dingen jetzt aus diesem Tabellenkeller herausgearbeitet. Ja, dafür ist jetzt Aue, Tabellenletzter. Und es geht jetzt erstmal für die Kieler in die Länderspielpause. Da hat Ole Werner ein bisschen Zeit, noch weiter an den Feinheiten rumzutunen. Ja, Porat, Arp, Holpi, alles Ex-HSVer. Ähm, der HSV, der macht einem im Moment Sorgen, denn 4 Spiele nicht gewonnen. Und jetzt verkauft man sogar noch ein 0 zu 0 in Heidenheim als Fortschritt. Also Platz 10 ist in meinen Augen kein Fortschritt und mich reißt die Mannschaft jetzt auch nicht unbedingt so vom Hocker. Also nach vorne immer nur eine Richtung, das kann man so machen, aber dann ist man hinten irgendwie offen. Gut ist, dass es jetzt eigentlich, oder dass endlich mal die 0 stehen blieb. Das ist aber auch wirklich der einzige Fortschritt. Aber es kann nicht sein, dass der Anspruch des HSV Platz 10 in der 2. Liga ist. Wenn sie so weitermachen, dann geht es eher nach unten als nach oben. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ein paar Transfers sollen auch noch getätigt werden. Vielleicht, während ich gerade dieses Video für euch hier aufnehme. Aber da muss ein bisschen was passieren. Man sagt zwar immer, dass der Kader gut ist, man ist zufrieden damit. Aber nach 5 Spielen 6 Punkte, hui. Nach oben ist viel zu weit weg. Jan Regensburg hat 12 Punkte, Platz 1. St. Pauli hat 10 Punkte, Platz 3. Und der Tabellenletzte, Erzgebirge Aue, hat 3 Punkte. Das heißt also, nach unten ist es viel näher als nach oben. Und ich hatte ja schon gefragt, wie viel Geduld wir denn haben müssen in der Pressekonferenz an Tim Walter. Wir werden mal sehen, wie viel wir wirklich aufbringen müssen. Letzter Verein aus unserer Region, über die wir hier berichten, ist Hans-Rostock. Und da muss man eigentlich nichts zu sagen, weil 0 zu 3 bei Werder Bremen, da hat Jens Hertel hinterher schon recht gehabt, indem er gesagt hat, aber wir müssen froh sein, dass wir nicht noch mehr kassiert haben. Das war es mit dem Zweitliga-Blog hier von mir. Meine Einschätzung, wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Und dann wollen wir gucken, was nach der Länderspielpause so möglich ist bei den Nordklubs. Schluss mit Fußball, wir gehen zum Football. Die Hamburg Sea Devils haben gespielt. Ihr letztes reguläres Saisonspiel gegen Leipzig Kings. 17 zu 18 verloren. Ich war live im Stadion, das war irre. Die erste Halbzeit haben die Hamburger richtig alles aufgefahren, haben 17 zu 0 geführt. Salio Cissé, der Lübecker Quarterback, eigentlich Backup, durfte von Anfang an spielen. Das war super, der hat das richtig gut gemacht. Wir haben ihn übrigens auch im Interview. Björn Hope hat hinterher nochmal ein Interview mit ihm geführt, auch übrigens mit Max Parts. Aber die Saison ist jetzt vorbei. Es geht irgendwie darum, wer wird der Playoff-Gegner am 12. September im Stadion hohe Luft. Entweder die Breslauer oder die Leipziger, die spielen am kommenden Sonntag gegeneinander. Aber was einem so ein bisschen Bange macht ist, die Sea Devils sind auf einem absteigenden Ast. Sie kommen einfach nicht wieder, nach der Pause zumindest, hat man das wieder gegen Leipzig gesehen. Da ist es irgendwie Flasche leer. Das ist ein bisschen seltsam. Einige Spieler sind verletzt, ja, das ist richtig. Darüber spricht Björn auch mit Max Parts. Aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wenn sie den Turnaround nicht schaffen in dem Playoff-Spiel gegen Leipzig oder gegen Breslau, ja, dann wird das nix mit dem Finale. Und dann muss Düsseldorf ohne Hamburg auskommen. Übrigens im Süden spielt Frankfurt gegen Köln um den Einzug in den Bowl. Aber Hamburg hat jetzt erstmal eine Woche frei, nein, zwei Wochen frei. Nämlich diese Woche und nächste Woche. Und dann ist das Playoff-Spiel im Stadion hohe Luft. Und dann wollen wir mal gucken. Also, ihr könnt gerne nochmal reinschauen in das Video von Björn von gestern. Salou Cisse, der Lübecker Quarterback, schöne Grüße. Und eben auch General Manager Max Parts waren bei ihm vor der Kamera. Und er gibt auch seine persönliche Einschätzung zum Spiel ein oder an. Und ja, da wollen wir mal gucken, was er denn so zu erzählen hat. Und das war es dann auch schon für HL Sports Weekly für diese Woche von mir. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Schön, dass ihr zuguckt. Lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal. Ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und kommentiert doch einfach mal, wie ihr das so findet, was wir hier so machen. Ansonsten könnt ihr täglich auf unserer Seite www.hl-sports.de die lokalen und regionalen Sportnachrichten aus der Region bei uns sehen. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Aber wir sehen uns kommenden Montag wieder. Bis denn dann. Ciao.